B. A. Heimat. Obacht. Tradimix. Okay, 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 okay. Wie es geht. Wie alle weiß. Einmal so und einmal so. Wegen mir hätt's das nicht gebraucht mit dem Corona. Oh, Jägerl. Im Ufer knistert's und auf dem Kanapä ist richtig gemütlich. Das ist Obacht. Tradimix mit Arthur Dittelmann. Zu Obacht, Tradimix begrüßt sich der Arthur Dittelmann. Am g'scheitersten war es natürlich, mir wird jetzt gleich ein passender Spruch einfallen. Irgendwas Geistreiches, was Witziges, was Intelligenz, Redensart, geflügeltes Wort, das macht einen guten Eindruck, wenn mir gerade noch was einfallen wird. Wissen Sie was? Wir müssen heute gar nicht selber kreativ werden. Es gibt genug solch eine Sprich, die in Lieder, in Gstanzl, in Songs, in Sketche aufgekommen worden sind. Mal hat einer was im Wirtshaus gehört, mal im Zug was aufgeschnappt und manchmal sagt's auch die Oma und dann taucht so ein Spruch auch wieder in einem Lieder auf. Die Kapelle so und so, nur nicht hudeln. 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 Nur nicht hudeln, nur nicht hudeln, hat meine Oma allweig gesagt, denn vom Hudeln käme ein Schirchenkinder, hätt's mich doch noch früher g'sragt. Nicht hudeln, nur nicht hudeln, denn das eine, das ist gewiss, dass vom Hudeln zweifel fertig doch nicht schneller fertig bist. Die Kapelle so und so, nur nicht hudeln, hat meine Oma und dann taucht so und so, nur nicht hudeln. Die Kapelle so und so, nur nicht hudeln, hat meine Oma und dann taucht so und so, nur nicht hudeln. Das gibt's doch nicht, dass der nicht pünktlich sein kann. Doch, das gibt's und ich sag euch ja warum. Nur nicht hudeln, nur nicht hudeln, hat meine Oma allweig gesagt, denn vom Hudeln käme ein Schirchenkinder, hätt's mich doch noch früher g'sragt. Nicht hudeln, nur nicht hudeln, denn das eine, das ist gewiss, dass du vom Hudeln zweifel fertig doch nicht schneller fertig bist. Nur nicht hudeln, nur nicht hudeln, hat meine Oma allweig gesagt, denn vom Hudeln käme ein Schirchenkinder, hätt's mich doch noch früher g'sragt. Nicht hudeln, nur nicht hudeln, denn das eine, das ist gewiss, dass du vom Hudeln zweifel fertig doch nicht schneller fertig bist. Nur nicht hudeln, nur nicht hudeln, hat meine Oma allweig sagt, denn vom Hudeln käme ein Schirchenkinder, hätt's mich doch noch früher g'sragt. Nicht hudeln, nur nicht hudeln, denn das eine, das ist gewiss, dass du vom Hudeln zweifel fertig doch nicht schneller, nicht gewiss. Ein Aufruf zur Entschleunigung. Kurz gesagt, nur nicht hudeln, die Kapein so und so. Sechs Burschen aus dem Ruperte-Winkel, dem Binzgau und dem Inntal, die sich zur Kapein so und so zahmdo haben. Zu so und so zahmdo, zu so und so zahmdo, zu so und so zahmdo. Merken Sie was? So und so entstehen Textseilen, die haben nimmer loslassen. Rhythmisch nisten sie sich ein in die Ohrwassel, zwischen die Ohrwassel und hören nimmer auf. Zum Beispiel, ich weiß, was ich tue und ich tue, was ich mag, weil ich weiß, was ich tue und so weiter. Metzgersbue, nochmal die Kapein, so und so. Ich bin ein Metzgersbue, mein Vater ist ein Metzger und ich bin halt mal sein Buur. Ich hab's rat' mal, was ich so tue. Am Montag in der Früh geht's auf zum Schlachthof raus und ich hab' noch mal ein Fuhr. Frische Viecher, ja, krock' nur. Ein geschlachte Junge Kuh ist das Metzgers Traum und bringt mich gewiss noch lang nicht aus der Spur. Ich weiß genau, was ich da tue. Ich schau niemals auf du, wenn's ums Metzger'n gäb, bringt mich nix aus der Ruh. Ich weiß nicht, was ich da tue. Ich bin ein Schreinersbue, mein Vater ist ein Schreiner und ich bin halt mal sein Buur. Jetzt darf's rat' mal, was ich da tue. Am Montag in der Früh geht's auf zum Bauhof raus und ich hab' noch mal ein Fuhr. Neue Lattl, ja, krock' nur. Ein ganzer Baum vor meiner Truhr. Es ist Schreiners Traum und bringt mich gewiss noch lang nicht aus der Spur. Ich weiß genau, was ich da tue. Ich schau niemals auf die Uhr, wenn's ums Schreinern geht, bringt mich nix aus der Ruhr. Und ich mag, was ich tue, und ich tue, was ich mag, jede Sekunde, jede Stunde, jeden Tag. Und ich mag, was ich tue, und ich tue, was ich mag, jede Sekunde, jede Stunde, jeden Tag. Ich bin ein Pfarrer aus Buh, mein Pfarrer ist ein Pfarrer und ich bin halt mal sein Buh, jetzt rat mal, was ich so tue. Am Sonntag in der Früh geht's auf und kehrt raus und ich hol die erste Fuhr und bopst ein Spenden, ich hab grad nur. A richtig voll drüber ist das Pfarrerstamm und bringt mich wie so lang nicht aus der Spur. Ich weiß genau, was ich da tue, ich schau niemals auf die Uhr, weil vom Geld aus hab ich niemals geblüht. Und ich mag, was ich tue, und ich tue, was ich mag, jede Sekunde, jede Stunde, jeden Tag. Und ich mag, was ich tue, und ich tue, was ich mag, jede Sekunde, jede Stunde, jeden Tag. Naja, diesen Metzgersbohm, den werden wir uns heute in Obachtrademix nochmal zu Gemüte führen. Da gibt's nämlich noch eine Version, die viel Raum für eigene Sprachspiele bietet und den werden wir nutzen, diesen Raum. Ja, das Spiel mit der Sprache, mit dem Klang von den Wörtern, das ist faszinierend. Da kriegen sie Silben auf einmal einen Fluss, fangen zum Schwingen an, sitzen sie auf einer Melodie um drauf und dahin geht's. Das haben ein paar Münchner Studenten schon in den 30er Jahren ausprobiert. Wollten Boris zum Schwingen bringen, zum Swingen bringen. Und das haben sie auch hingekriegt. Ausgehend von der Textzeile Da 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 da, Stinger. Da hat sich dann eine ganze Weltschmerzballade draus entwickelt. Bitteschön, die weiß-blaue Drehorgel mit einer Aufnahme aus dem Jahr 1935. Zotazara, 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 Zotazara. Ein Tönig rauscht die Isar in ihrem Steinmatratzenbett. Ich sitze an der Isar auf einer Bank aus einem Brett. Hier warte ich auf mein Mädel, bis ich begreife ganz zuletzt, oh diese süße Mädel, hat mich heut glatt versetzt. Timm es wларwinst, ja so Dibe, das ist in der Webinarie. Er ist was, die Maggie, die Sie Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Da. Das, wenn man mal drin hat, dann geht es nicht mehr so schnell raus und das ist auch gut so. Da werden nämlich die einprägsamsten Songs draus. Manche Sachen sind so wichtig, die kann man nicht oft nur sagen, zweimal mindestens, also mindestens zweimal. Nein, da brauchen sie sich nicht runter. Das ist schon so. Willi Michel, da dürfen wir uns nicht runter. Da dürfen wir uns nicht runter. Das wird schon wieder werden. Das wird schon wieder werden. Da dürfen wir uns nicht runter. Das wird schon wieder werden. So, jetzt singen wir es miteinander. Da dürfen wir uns nicht runter. Das wird schon wieder werden. Sing lauter. Da dürfen wir uns nicht runter. Das wird schon wieder werden. Das wird schon wieder werden. Das wird schon wieder werden. Das wird Salwa singen, ich weiß nicht. Das wird Salwa singen, ich weiß nicht. Blumme, sing lauter. Aber jetzt haben wir was ganz Besonderes, weil die Münchner Girls, das sind ja so eine super Sängerinnen. Aber heute Abend, da hauert sie kein Problem, weil ihr Bub ist beim Rock'n'Roll. Da war ein Halt und Neymar und nicht die Zeitzahl, aber da singen die Girls, da tun wir uns nicht alle. Girls! Der Willi Michel hat diese Weisheit vom ehemaligen Burgermeister von Neumarkt St. Veit aufgeschnappt. Vom Spirkelgust hat er mal erzählt, der bei schwierigen Situationen im Gemeinderat immer gesagt haben soll, da tun wir uns nicht runter, das wird schon wieder werden. Textlich ist natürlich dieser Song von außerordentlicher Schlichtheit. Aber Sie werden sehen, dieses Mantra, das wird Ihnen heute noch runterkommen. Da tun wir uns nicht runter, das wird schon wieder werden. Eine positive Botschaft, eine, die Mut macht, die Zuversicht schenkt. Und sowas können wir heute genauso gut brauchen, wie damals, 1982, wie dieses Lied entstanden ist. Dieses war der erste Streich. Doch der nächste folgt zugleich. Manche Mantras sind so gut, die müssen öfter verwurschtelt werden. Das wird schon wieder werden. Das wird schon wieder werden, sagt die Frau Stern. Bei der Frau Horn ist sie wieder geworden. Das geht schon wieder weiter, sagt die Frau Schneider. Bei der Frau Wimmer, ist sie wieder gegangen. Sei du selbst, wenn was ist, sagt die Frau Lies. Wissen wir denn ganz gewiss, dass grad nix ist. Das wird ja allweil schlimmer, sagt die Frau Wimmer. Je mehr, dass sie mich kümmern, können sie immer dümer. Das wird schon wieder werden, sagt die Frau Stern. Bei der Frau Horn ist sie wieder geworden. Und die ist gestorben. Am Apfel kommen. Tschau, tschau, tschau. So, und jetzt sind Sie dran. Jetzt haben Sie die Gelegenheit, dass es einmal alle, die spricht, die Weisheiten, die Sie so im Verlauf Ihres Lebens aufgesammelt haben, dass Sie sich die ins Bewusstsein rufen und Sie zu dem Metzgers-Burtab von der Kappa in so und so inwendig oder auswendig her sagen oder vielleicht auch singen. Das können Sie machen, wie Sie wollen. Vielleicht können Sie sich auch noch im Rhythmus dazu ein bisschen bewegen. Der entspannte Blasmusik-Reggae von der Kappa in so und so, der eignet sich dazu auf jeden Fall hervorragend. Auf geht's beim Schichtl. Auf geht's beim Schichtl. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Auf einmal hört man dann überall dasselbe. Aber Hallo zum Beispiel, haben Sie sicher auch schon mal gehört. Aber Hallo oder Was ist das denn? Was ist das denn? Ja, das ist dann richtig ansteckend, das breitet sich aus und wuchert die Sprache so richtig zu. Hat es natürlich früher auch schon gegeben und war die Grundlage für einen Valentin-Kallstadt-Sketch, der heißt Üble Angewohnheiten. Gell, 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 gell. Ja, wer kommt denn da daher? Der Herr Gruber. Ja, ja, das ist ja... Sie sind doch der Herr Gruber. Ja, grüß Gott, Frau Eiserle. Darf ich Ihnen meinen Freund vorstellen, gell? Ja, sehr angenehm. Eiserle. Ja, und, und, wie geht's denn Ihnen immer, Herr Gruber? Ja, mein Mords-Schnupfen hab ich gehabt vor acht Tagen, gell. Ja, da bin ich, wissen Sie, da bin ich in den Zug gekommen, gell, war erhitzt, gell, und schon hab ich einen Schnupfen gehabt, gell. Ah, das ist aber dumm. Ja, dann hab ich mir eine so eine Schnupfensalbe gekauft, wissen Sie, gell. Kenn ich auch, ja. Und mit hat's nichts, gell. Da kann ich mich so ärgern, wissen Sie, gell, einen Telegrafen haben sie erfunden, gell, ein Telefon haben sie erfunden, gell, ein Radio haben sie erfunden, gell, ein Fernsehapparat haben sie sogar erfunden, gell, auf ihren einfachen Schnupfen, gell, da haben sie noch nichts erfunden, gell, die gescheiden Menschen, die gescheiden, gell. Ja, ja, da haben Sie recht, aber Sie, Herr Gruber, ich merke ja da, dass Sie eine furchtbare Angewohnheit haben. Wieso, ja, was? Sie sagen ja bei jedem dritten Wort, gell, ist Ihnen das noch nie aufgefallen? Ja, 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 stimmt, das haben mir vorhin schon mehr Leute ins Gesicht gesagt, gell. Da, da, jetzt haben Sie es schon wieder gesagt. Schon wieder, ja, ja. Haben Sie es gemerkt? Ja, ich weiß schon, ich weiß. Das müssen Sie sich abgewöhnen, Herr Gruber, das wird ja immer ärger. Ja, ja, ich weiß, ja. Ach, das haben ja jetzt so viele Leute, die das Geld sagen. Ja, ja. Das wird schon bald eine Krankheit, eine sogenannte Eptimidie. Ä, 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 äptimidie. Ja, so ähnlich heißt das Wort. Ja, das ist ja schräglich, gell. Ja, jetzt, 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 jetzt. Ja, 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 es ist so sauf, du müsstest. Ja, das ist ja furchtbar. Schauen Sie, im Jahre 1845 wütete in München die Cholera. Was sind das? Das habe ich in der Zeitung gelesen. Ah, so. Und seit dieser Zeit sind wir Gott sei Dank von Pesten verschont geblieben. So lang schon, ne? Das steht drinnen, ja. Es gibt nämlich gefährliche und ungefährliche Pesten und Seuchen, nicht wahr? So, 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 ja. Und seit einigen Jahren wütet nun in München und Umgebung, beinahe in ganz Bayern, die Gellpest, habe ich in der Zeitung gelesen. Gell, ja, ja, das ist Gell, ja. Der davonbefallene steht drin, weist körperlich und seelisch nicht die geringsten krankhaften Symptome auf. Symptome auch, so, so. Habe ich gelesen in der Zeitung, ne? Ja, ja, das glaube ich. Der Blutdruck ist normal, alle Körperteile sind intakt, bis auf die Zunge. Das glaube ich auch, ja, ja. Man könnte diese Pest statt Gelbpest auch Zungenpest betiteln, steht drinnen in der Zeitung. Kennt man, kennt man, kennt so, das kennt man, ja, ja. Ja, und dann steht noch drin, ob es eine krampfhafte Vibration des Sprachmuskelgewebes ist. Das ist noch nicht ganz festgestellt. So, das weiß man ja nicht. Ja, das weiß man ja nicht. In der Klinik zum Beispiel, Abteilung Sprachstörungen, können die von der Gellpest Befallenen schon seit Jahren wegen Platzmangel gar nicht mehr aufgenommen werden. So viel sind, ja, ja. Ja, habe ich in der Zeitung gelesen. So, so, ja, na, da, ja, um Gottes Willen, glauben Sie, dass ich die Gellpest schon habe, weil ich auch so viel Geld sage. Na ja, äh, etwas schon, wissen Sie, aber noch nicht so stark, Gott sei Dank. Da dürfen Sie froh sein, denn, wissen Sie, Herr Gruber, Sie sagen ja nach jedem Satz Gell. Leider, ja. Aber da gibt es ja Menschen, Sie können schon bald überhaupt nichts mehr anders sagen wie Gell, jawohl. Ja, freilich, ja, Sie, das ist, weil, ja, noch mein Freund, Gott, der Wimmer, da steht, ja, du, du hast schon die Gellpest im vollsten Ding. Wimmer? Ja, sagen Sie mal, Herr Lapper, heißen denn Sie Wimmer? Sie haben sich doch mir vorgestellt als Gell. Nein, der heißt schon Wimmer, ja, weil, ich kann ja nichts mehr anders sagen als wie Gell, red einmal Wimmer. Gell, 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 Ja, du lieber Gott, ja, das ist ja schrecklich, der Herr, der Herr Wimmer, der kann ja wirklich nichts mehr anders sagen wie Gell, Gell? Gell, ja, sagen Sie, jetzt sagen Sie auch schon Gell, Gell. Sag einmal, Schorsch, verstehst du das, was die da hergerettet haben, da neulich beim Chefetaschen-Meeting-Briefing? Ja, ich schon. Soll ich dir ein bisschen was erklären? Soll ich die Verding-mäßig updaten? Ja, bitte, aber Zeit noch. Also das Verding, das müssen wir noch toppen. Das steht doch schon auf der To-Do-List, Mann. Na komm, mitten ist angesagt, dann pimpen wir den Content. Alles gut, alles super, suppi gut. Beim Burding brauchen wir noch einen Input. So kriegen wir dann die Kur vom Eis. Und ein Stück weit breiter aufstellen, das bringt einen Benefit. Also proaktiv finalisier. Und dann am Ende des Tages, schaust mit dem Oberrohr ins Gebirg. Ob sie nicht hinter alle diese Phrasen a Funken Wahrheit verbirgt. Oder wenigstens vielleicht a Kernblatt. Weil das war ja schon recht früh wert. Dass man immer durch die ganzen Floskeln eingelogt, abklingt, 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 abklingt. Da ist ein Deadline in meinem Zeitfenster. Aber zum Get-Together gehen wir nachher schon, oder? Schnell noch alle Briefen. Wir sind die High-Performer. Alles gut, alles super, suppi gut. Check für's Kick-Off, die Event-Location. Und was haben wir für ein Dresscode? Du, unser Hashtag ist schon wieder voll geflasht. Oh, leg, das gibt einen Shitstorm. Und dann am Ende des Tages, schaust mit dem Oberrohr ins Gebirg. Ob sie nicht hinter alle diese Phrasen a Funken Wahrheit verbirgt. Oder wenigstens vielleicht a Kernblatt. Weil das war ja schon recht früh wert, dass man immer durch die ganzen Floskeln eingelogt, abklingt, 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 abklingt. Du, ich hätt da noch was in der Pipeline. Wie schaut's denn aus auf deiner Timeline? Ah, schlecht, ich bin jetzt gleich offline. Nimmer drei Tage High-Quality-Time. So, so, schaust du auf deine Work-Life-Fillings, ha? Genau, ich schalt mein Off-Time-App ein, bis zum Sunrise-Chill-Baby. Du, da weiß ich vielleicht nicht, ob ich das liken soll. Außerdem ist eh mit Zuwächsen an Starkregen zu rechnen. Es gibt halt das Go. Go, go, go. Geh, gehen ganz zu, bleiben da. Wir befassen uns heute mit Sprich, mit Redensarten, Floskeln, sprachlichen Angewohnheiten. Wir machen heute sozusagen Sprich. Weil man redet ja nicht, man sagt ja bloß. Sprache ist verräterisch, weil das ja klar ist. Sprache verrottet zum Beispiel, wenn jemand nicht recht bei der Sache ist, wird es einem ehemaligen bayerischen Ministerpräsidenten öfter mal wieder fahren ist. Wenn Sie vom Hauptbahnhof starten, Sie steigen in den Hauptbahnhof ein, Sie fahren mit dem Transrapid in zehn Minuten an den Flughafen Französisch raus, dann starten Sie praktisch hier am Hauptbahnhof in München. Das bedeutet natürlich, dass der Hauptbahnhof im Grunde genommen näher an Bayern, an die bayerischen Städte heranwächst. Weil das ja klar ist, weil auf dem Hauptbahnhof viele Linien aus Bayern zusammenlaufen. Genau, sprachliche Eigenheiten halt. Sympathisch, lustig, kann man sich darüber lustig machen. Und auch die Großkopferten in der Welt sind nicht fehlerlos. Das sieht man da wieder irgendwie tröstlich, wenn da recht umeinander gestopselt wird. Ja, ich wollte nur, dass, ich wollte vielleicht auch noch eine, das gehört zwar nicht her, aber ich wollte diese Anmerkung schon nochmal machen. Ja, ist schon recht. Sprache ist halt aber auch Macht. Wer das große Wort führt, dem wird halt erstmal zugehört. Und wenn er noch so umeinander stopselt, bleibt einem ja gar nichts anderes übrig. Der Ober sticht den unter. Wolfgang Buck. Das Lehm ist wie ein Schafkopf, drum holt er mal die Kadel her. Und um mischen und schön gehen, ich erklär dir jetzt das Lehm. Die Regeln, die kapierst du schnell, die lernst du schon als kleiner Bub. Weil das Schafkopf ist leicht und das Lehm ist ganz genau so. Also gib einmal Obacht. Der Ober sticht den unter. Die Verlierer zahlen das Bier. Und die einen, die haben die Trümpfe. Und die anderen haben die Schmier. Halt dich immer schön bedeckt. Zeig nie zufrieden, was du nur kannst. Bloß wenn's sagen muss, so ein Mann. Doch wenn's geht, dann macht's. Mach's, hast du's kapiert? Ach so, macht's der Bundeskanzler. Da der Chef der Deutschen Bank. So funktioniert's im Ordinariat. Und auch im Landeskirchenamt. Und die anderen haben die Schmier. Halt dich immer schön bedeckt. Zeig nie zufrieden, was du nur kannst. Bloß wenn's sagen muss, so ein Mann. Doch jetzt geht ein Wachselanz. So weit sind wir jetzt noch netter. Jeder Mensch, der fängt klar an. Bis du einmal der Master bist, musst du einen Haufen Lege zahlen. Bestenspitzer, steile Ohren. Was dir Heftlers machen auch. Man fängt als Brunskarler an. Und er wird sich da langsam nah. Der Oberstich, der Wunder. Die Verlierer zahlen ins Bier. Und die einen, die haben die Tröme. Und die anderen haben die Schmier. Halt dich immer schön bedeckt. Zeig nie zufrieden, was du nur kannst. Bloß wenn's sagen muss, so ein Mann. Doch wenn's geht, dann wachselanz. So macht's der Oberarzt. Er muss schleimen vor seinem Schiff. Doch er wird sein Frust gleich los. Weil er hat mit seinem Assistent am Treff. So macht's der Symphoniker. Der Dirigent mit seinen Sklaven. Und der Master hast den Gsel. Und der Gsel lässt den Lehrboom laufen. Weil der Oberstich, der Wunder. Die Verlierer zahlen ins Bier. Und die einen, die haben die Trämpfe. Und die anderen haben die Schmier. Halt dich immer schön bedeckt. Zeig nie zufrieden, was du nur kannst. Los, wenn's sagen muss, so ein Mann. Doch wenn's geht, dann wachselanz. Der Oberstich, der Oberstich, der Wunder. Oh, der Oberstich, der Wunder. Und wer zahlt, schafft auch. Eine Weisheit, die den jungen bayerischen Dichter und Musiker Karl Ludwig Reichert schon Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre zu weitergehenden, immer noch gültigen Betrachtungen angelegt hat. Und ewig singen die Flipperkästen, die damals noch die Begleitmusik gespielt haben. In den rauchgeschwängerten Kneipen, in denen über den Lauf der Welt nachgedenkt worden ist und über die Frage, wer den zahlt, der anschafft. Ja, wo's Geld ist, ist der Teufel. Und wo keins ist, da sind zwei. Stimmt's? Oder hab ich recht? Und so könnte man ewig weitermachen. Ein Spricherl auf das andere draufsetzen. Eine immerwährende Kommunikation, die ganz von selber läuft, bis das Ende erreicht ist. Und als Spruch am Mörterl endet. Der Zitermann in dem Fall ohne Zittern und ohne Zagen. Das war früher in Bayern, zum Teil ist es auch heute noch so. Da gibt's so Mörterl und Gedenk in Schriften. Und da hab ich ein paar zusammengesucht. Und die lese ich euch jetzt vor. Da ist eine Grab in Schrift von einem kleinen Buben, von einer Familie, muss man dazu sagen, die Ochs geheißen hat. Also Ochs. Ochs halt. Hier ruht das kleine Öchselein, vom alten Ochs das Söhnelein. Der liebe Gott hat nicht gewollt, dass es ein Ochse werden sollt. Habe ich noch eins aus Südtirol. Ganz kurz. Hier liegt begraben mein Weib, Gott sei's gedankt. Ewig hat sie mit mir gezankt. Drum lieber Leser, geh schnell weg von hier. Sonst steht sie auf und zankt mit dir. Und ein ganz kurz, aber mit gewaltigem Inhalt. Auf der Insel hier im Chiemsee. Er steht ganz kurz und bündig. Hier ruht in Gott. Und dann kommt der Name von demjenigen. 26 Jahre lebt er als Mensch. 27 Jahre als Ehemann. Und jetzt kommt ein bisschen ein Geschirr da. Also wer meint, der hört halt dann weg dabei. Im Passau an der alten Stadtmauer, da steht folgendes geschrieben. Habe ich selber entdeckt. Hier liegt der Huber Hürs, hat gehabt ein Nierengrüß. Er war ein guter Brunzer, Bettsfermenvater unser. Ich weiß, was steht da. Ich meine, wenn es Hochwasser hat, dann sieht man es nicht. Knappe Lyrik aus dem bayerischen Sprachraum. So ein bisschen in der Art wie die Heikus. Zusammengesammelt vom Zittermani. Die Zitter beherrscht auch der Georg Ringsgewandl, der schon als Gurkenkönig vom Mittenwald bewiesen hat, dass es ihm ziemlich wurscht ist, was die anderen vor ihm denken. Man könnte auch sagen, er scheißt sich nichts. Und genauso heißt eines seiner nachdenklichen Liedl. Die hat er nämlich auch drauf, der Ringsgewandl. Da macht sich wer lustig über sein krummes Gesicht Und wer anders lacht über sein Gewand Und hinten rum grinst wer, weil er so komisch red Sie sagt, er hat's nicht ganz beinand Und zweist sich wie das Maul über seine Frisur Und ein anderer findet, wie er geht Da teilt er mit die Finger auf seine alten Schuhe Und die meisten halten ihm eh für blöd Doch er scheißt sich an Trägen Aus dem anderen vielleicht so Er dreht sich bloß um und geht weg Er kümmert sich ein Trick Wo's die anderen bleibt so Er dreht sich nur um und geht weg Er hört jemand so nah, unmöglich der Typ Und der andere langt sich bloß nur ans Hirn Bezirk der See, oh Er kümmert sich daher Wir kommen sie nur so blamieren Doch er hört gar nicht zu Wo's die anderen bleibt so Er dreht sich nur um und geht weg Ja, er scheißt sich einen Trick Wo's die anderen bleibt so Er dreht sich bloß um und geht weg Wo's die anderen bleibt so Er dreht sich bloß um und geht weg Wo's die anderen bleibt so Er dreht sich bloß um und geht weg Ich sag, von wo's lebt er Wo kehrt er hin In wo's für ein Loch der, wo er haust Wie er dir schon rumschleicht Er dreht sich nur um und geht weg Er dreht sich bloß um und geht weg Er dreht sich bloß um und geht weg Auch für diesen Fall gibt's die passende Strophe Und zwar aus einer Gstanzel-Folge Vom Graudensepp Die er diese Textseile wahrscheinlich auch irgendwo gehört hat Und die man sich als Mantra auch immer wieder vorsagen kann Zur Erbauung, zum Trost Und zur Stärkung der psychischen Abwehrkräfte Und die Leute, die hat's gefreut Dass bei uns so weit feit Die Leute wissen ein Dreck Bei uns feit so weit nicht Die Leute wissen ein Dreck So weit feit's bei mir nicht Dass das einmal klar ist Noch ein paar Spruchweisheiten Gefällig? Ich tue, was ich will Ich hör auf mein Gefühl In die eigenen Schuhe Was immer uns diese Textseile mit den Schuhen sagen will Keine Ahnung Aber wurscht Die Kuba-Borischen Die Ratschattenleit Ich tue, was ich will Und ich tue, was mich freut Und ich scher mich gar nicht Und die Ratschattenleit Und ich tue, was ich will 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 Das Leben ist erst voll, ich tue was ich will, wo brauch ich nicht voll, ich tue was ich will, ich hör auf mein Gefühl, ich tue was ich will, dann wär mir nix zu voll, ich tue was ich will, mich freut was ich tue, ich tue was ich will, in die eigenen Schuhe, ich tue was ich will, ich brauch nix dazu, ich tue was ich will. Trumlo, smier mein Ruh. Musik Vielleicht hat einer ja die heilige Obachtrademix-Sendung eine Lust gemacht, dass sie ihre Ohrwaschel spitzen und schauen, was man so hört an Redensarten, an prägnanten Weisheiten, wenn man sich mit den Leuten unterhält oder ihnen einfach zuhört. Es gibt ja Leute, die sammeln dann solche Weisheiten. Manche dichten es um, machen Lieder draus. Der Henk Blöchinger zum Beispiel, der hat sich durch die altehrwürdige Fernsehserie Münchner Geschichten anregen lassen. Sie werden sich schon erinnern an den Charlie, der immer so Riesenprojekte angeleiert hat, aus denen dann nichts rechts geworden ist, und seine nette, verständnisvolle, gütige Großmutter, die Oma Häusler, gespielt von Therese Giese. Die hat auch den einen oder anderen Spruch auf Lager gehabt. Henk Blöchinger, am Hergut, sein Tierpark ist groß. Du fahrst auf der Autobahn hoher, viel Last wegen so viel Verkehr. Du überholst grad mein Ohr, da blende von hinten irgendwer, und der kommt ganz nah auf die Zuhr. Er hat mehr PS wie Verstand. Du wechselst grad noch die Spur, und im Stau seid's dann wieder beinand. Früher, da war's nur, dass es geht, jetzt kommt auch noch Dummheit daher. Beides regiert halt die Wollt, und die Bläden, die wehr'n immer mehr. Bei sowas, da freut mir dann bloß, was die Oma Häusler, sagt's ein. Am Hergut, sein Tierpark ist groß, doch passt so ein Hoff leicht, nun nein. Du bist freundlich und hüfsbereit, und kaufst für ihre Nachbarin ein. Eigentlich hast wenig Zeit, und du machst noch einen Umweg dabei. Du bringst ihr ihr Sachbis an die Tür, auf der Rechnung steht 9, 9, es geht drauf. Sie zahlt mit dem Zehner dafür, und heut' für die Zehner tannt auf. Die meisten schauen nur auf sich selbst, und arbeiten mit all den Tricks. Der Moment, ganz egal, wie's dich sträubst, in derer Kisten liegst du und sonst nix. Der eine lebt brav vor sich hin, der andere bescheißt nur und rafft. Beim einen heißt's, ich rufe es in Frieden, beim anderen mei, dies war ein Hoff. Früher, da war's nur ein Gold, jetzt kommt da noch Dummheit daher. Beides regiert heut' die Welt, und die Bläden, die wär'n immer mehr. Bei sowas, da freut' mir dann bloß, was die heut' Oma Häusler sagt, bei. Am Ehrgott, sein Tierpark ist groß, da passt so ein Hoff, vielleicht noch nein. Am Ehrgott, sein Tierpark ist groß, da passt so ein Hoff, vielleicht noch nein. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch einen wunderschönen Samstag. Lassen wir uns nicht verdrissen, weil ja noch das schöner. Schön, dass Sie dabei waren, das war Obacht Radimix, mit Arthur Dittelmann. Und übrigens, so jung wie heut, kämen wir nimmer zusammen. Auf Wiedersehen... bei Musik Musik Sie hören BR Heimat, typisch Bayern. Musik